Ey, xxsniperpro360lpxx, was geht ab? Jemand hat mich auf Discord gefragt, wo Venti sei. Ich weiß nicht, wo er ist. Ähm, und was steht da hinter dir? Nichts, gar nichts, da ist nichts. Gib mir einfach Venti wieder. Niemals, das ist meiner. Jetzt gib mir Venti einfach wieder. Flossen hoch. Dir ist bewusst, dass das eine Banane ist, oder? Ja, müssen wir uns echt streiten. Danke, Senpai, maschidatsdumich jiletetuhasuto. Hihihihihi. Robin fragt, wann kommen mal ein paar Let's Plays, beziehungsweise Stream Highlights? Melee fragt, wohin gehen Gedanken hin, wenn ich sie vergesse? Ich kann das einfach nicht mehr. Wir müssen uns trennen. Bitte nicht, tu mir das nicht an. Was wollte ich jetzt genau machen? Sebastian B fragt, hattest du schon mal Gedanken mit YouTube aufzuhören? Ich habe täglich damit zu kämpfen. Spiel Fortnite. Stream wieder auf YouTube. Venti ist viel cooler als du. Reverse Knock fragt, wie viele Freunde hast du? Acht. Neun. Zehn. Ich komme. Wo seid ihr? Hm? Haha. Du hast keine Freunde. Und was bist du dann? Ich bin nur eine Illusion. Okay. Lenny fragt, wer ist dein Lieblingsmusiker? Jason fragt, wann kommt ein zweiter Teil von Banane mit Ketchup? Wird der Teil dann im Kino laufen? Was ist dein Lieblingshaus? Sieh. Sieh. Wer nimmt mich. Eifersüchtig fragt, wieso bist du so unterhaltsam? Ja, also, ähm, ja, wieso eigentlich? Wisst ihr das? Nee, ich glaub, der Typ hat sich vertippt. Boah, ich hasse diesen SchnürsenkelTV, ich muss erst mal einen Hate-Kommentar schreiben. Und abgeschickt. Warte mal, er ist nicht unterhaltsam. Fuck, okay, zur Beruhigung muss ich erst mal Fortnite spielen. Ich, ich muss 90s machen. Fuck. Das war's vom Video. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann. Auch in die Kommentare, ganz wichtig, neue Fragen für Hashtag fragt Marci schreiben. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, damit auch dieses Format bestehen bleiben kann. Und dann würde ich einfach mal sagen Tschüss, bis zum nächsten Video oder Stream. Achso, folgt mir auch noch auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.